moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren folge harry potter also lego harry potter für die switch und wir haben jetzt gerade neuen spruch gelernt und zwar um diese ranken hier platt zu machen so kann man sich die sachen einsammeln ohne dass wir angst davor haben müssen klappt aber dieser hier jetzt nicht das macht aber nichts aber den meisten anderen klappt es so mal hier haben wir noch eine die haben wir schon weg ist natürlich ärgerlich wollte jetzt nicht direkt rein rennen dann wieder leben da gut hier ist der kopflose nick der zeigt uns wieder den weg wo es hingeht meint er her es wird kritisch gespielt das ist ein niveau long bottom level oh jetzt fliegen wir wieder hoch drücke b zum zu fliegen nur harry kann gut mit dem besen fliegen ok kann erstmal alles einsammeln runter ok wir sind schon einsammeln weil wir schon ein bisschen ein bisschen für diesen münzen nicht so hoch runter da ist einer so jetzt liegt das da fest die blöden ranke mhm so wir haben auch getroffen wenn wir es auch langsamer bekommen oder was ich glaube ich bin super gut für das quidditch team für den zeit nur gezahlt wesen fliegen auch gelernt perfekt gold und stein bekommen auch wo bringt uns hin hallo so ich habe die musik ausgestellt denn bei den letzten drei videos wurde die musik komplett geclaimt von warner brothers music und ich hatte das glaube ich acht oder neun stück hier drauf weil die musik stück immer wieder ein anderes war von harry potter deswegen habe ich das aber jetzt ausgemacht muss man halt durch ok jetzt gehen wir hier rein ok jetzt kann natürlich auch das schaffen hier weil wir jetzt ja überall rankommen ok da kommen wir natürlich nur rein wenn wir das alles hier fertig machen also erstmal so erstmal alle befreien hier noch mehr die befestigt da und jetzt bauen wir es mal zusammen was immer das ist ah lecker Wasser achso jetzt kann man hier dran ziehen oh bin ich zu schwach für ja klar wir müssen einen steckungstrank machen aber wie können wir den denn da müssen wir erstmal die zutaten befinden die müssen ja irgendwo sein gucken wir mal ob wir die finden hier irgendwo da kommen wir ja nicht einfach so raus hier irgendwas machen klar ah hier schon mal ein teil ok gucken wir nochmal ob es hier noch mehr gibt hier gibt es nicht mehr ah der brunnen funktioniert na guck mal ah warte mal der hat doch schon auch was hm wie ich das erhoffte äh ich konnte gar nicht hin ich muss ich von hier schießen da ist das andere teil ok packen wir auch gleich rein und dann fehlt uns noch eins wenn ich noch mehr was man finden konnte was ist mehr drin ach warte ok da ist das teil auch ein nein und ein steckungszauber ich bin mega stark so komm mit easy easy ha ok so geht es natürlich auch auf easy peasy ja auf ja auf eben nochmal Alte Brücke. Oh, ich komme zu Hagrid wahrscheinlich. Da kann man noch nicht hin, wir gehen erst mal dem hinterher. Was muss man noch hiermit machen können? Oh, ich weiß nicht was. Wo können wir das gebrauchen? Wollen wir nur Pflanzen davon? Na gut. Sollen wir zu Hagrid runter gehen? Oh, dann dürfen wir wahrscheinlich noch nichts machen. Kleine Raketen oder was? Ja, bescheuert, ne? Oh, warte, hier hat jemand noch mit. Und dann gehen wir noch mal da. Beugen wir noch mal dem kopflosen Heini. Oh, das geht jetzt Richtung Quidditchspiel. Die Quidditchstände. Was haben diese kleinen Pfoten dazu? Was bedeuten das? Weiß ich gar nicht. Okay, wir gehen mal rein. Sollen wir jetzt nicht. Oh, das geht. Oh, das geht. Ja, das geht. Sollen wir das? Kleiner Proll, ein Angeber. Das ist ein Matsch. Wer macht das? Ok, schnell, wir müssen helfen. Ok, jetzt nicht so viel. Oh, wir gehen hier durch. Oh, wir müssen aufpassen hier. Ok, Hermine ist nicht so gut im Fliegen, wie man sieht. So, 2 von 7. Den wir auch noch hoch. Kretze? Warte, Kretze geht noch nicht. Erstmal, dass wir Heile bauen. Ja, jetzt aber. Und Kretze los. Rein da, du kleine Ratte. Los. Oh. Mehr kann sie nicht. Okay. Dann gehen wir hier mit Hermine und machen einmal diese Brücke fertig, wie man sieht. ist es auch gar nicht so schwer. Nein. Oh, reicht aber. Komm, hier bin ich nicht. Ich kriegst das hin. Was ist denn da los? So. Dann haben wir das blaue Ding hier. Kann man nicht gebrauchen, aber die können wir schon mal gebrauchen. So, jetzt ist blaue. Komm ran. Oh. 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 Oh, hier haben wir irgendwann retten? Da. ok ach so ja schon gar nicht aufgepasst noch mal kann ich mir die vier nicht merken doch da 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 los kommen gerade mal aufgepasst und schon jetzt hier weiter kann doch nicht nur so gebaut werden oder anders wüsste ich es auch nicht ich denke mal nicht wegbekommen was anderes einfallen lassen was war es Ah, da, nee, warte Wollen kann es auch nicht, ne? Okay, wie kommen wir denn da vorbei, ist die Frage Ah, warte, hier können wir helfen Und jetzt geht die Falltür auf Perfekt Ja, wir helfen gerne, da wo wir können, helfen wir So Wollen wir noch schnell Snape aufhalten So Toller Nein, ich wollte nach oben bleiben eigentlich Ich bin runtergefallen Ja Ich komme hier hoch Hermine Perfekt Das ist immer eine schöne Treppe Aber die Dinger sind auch für irgendwas Gute Guck mal Wir wollen eine kleine Chance da hoch Oder bitte, eine kleine Treppe Geht auf jeden Fall noch mal irgendwo anders hin Hm Hm Da sitzen die doch Ah, guck mal Da fliegen ein paar Raketen Ah, perfekt Ah, perfekt Ah, ah Ah, ah 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 Da schluckt Leveler geschlossen Freies Spiel Sehr cool So выдlich habe ich auch gelernt Wahrer Zauberer 33%' ist echt wenig, ne Wissen wir obwohl wir mehr erreichen können in der letzten Runde Ja, vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin, tschüss Untertitelung. BR 2018